Gut, dann legen wir los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Düsseldorf. Ich darf beide Trainer begrüßen und das übliche Spiel, der Gasthafbeginn, ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, vielen Dank, Alex, dir, deinem Team, dem Klebert. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, dass wir zu Beginn des Spiels ein bisschen Probleme hatten mit tiefen Laufwegen vom Gegner, dass wir Räume da nicht so gut verteidigt haben, ohne dass es vielleicht dann gefährlich für uns wurde. Aber ich fand im Laufe der ersten Halbzeit haben sich zwei Truppen egalisiert. Aus meiner Sicht fand ich, dass meine Mannschaft sehr diszipliniert verteidigt hat. Wir wussten um die Aufgabe, um die anspruchsvolle Aufgabe, sich auch am Rohnhof für schadlos zu halten. Ich finde, dass wir da sehr wenig haben zugelassen und war es, glaube ich, aus meiner Sicht ein gerechtes Unentschieden zur Halbzeitpause. Wobei natürlich, wenn man so diszipliniert verteidigt, dann muss man vielleicht die wenigen Momente nutzen, die man dann hat. Ich erinnere mich an den Kopfball von Felix Klaus. Das war eine Riesenmöglichkeit für uns, um vielleicht dann auch hier so eine Daseinsberechtigung zu haben, zumindest was drei Punkte betrifft. Und in der zweiten Halbzeit kriegen wir natürlich relativ früh das Tor und haben dann, glaube ich, alles getan dafür, um trotzdem noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Ich glaube, das wäre heute möglich gewesen, ob es am Ende gerecht oder verdient gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Ich fand, letztendlich, das Spiel war ausgeglichen. Alex Trupper hat zugeschlagen in dem Moment, wo es uns vielleicht dann auch ein bisschen wehgetan hat, direkt nach der Pause. Wir konnten dann nicht mehr so die Antworten finden, nicht mehr viel im Spiel verändern, aber trotz alledem noch mal versucht, einen jungen Spieler noch mal reingebracht, den vorne in die Box gehauen. Es gab noch mal Möglichkeiten, Jody DeVice kann ausgleichen mit seinem Abschluss, können den einen oder anderen Konter dann vielleicht noch kriegen. Also insgesamt für uns eine unglückliche Niederlage, weil es war ein bisschen mehr drin. Ich glaube, ein Unentschieden wäre aus unserer Sicht nicht unverdient gewesen, aber wir haben es schon verdient im Fußball. Es gibt kein Klagen, no complaining, 0-1 verloren. Noch mal Glückwunsch. Dankeschön. Alex. Danke dir, Daniel. Meine Analyse geht in die gleiche Richtung. Wir haben zunächst zwar vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, aber ich finde es total brotlos. Wir haben die Räume nicht so aufgelaufen, wie wir es normalerweise machen. Wir haben Spielen stehen anstatt Spielen gehen gemacht. Das ist dann schwierig gegen so eine erfahrene Truppe, die dann auch gut verteidigt hat in dieser Situation. Wir haben uns dann so nach 25 Minuten immer passiver geworden. Sie haben dann auch Lösungen im Aufbau gefunden. Wo wir nicht aktiv waren, das tut uns nie gut. Wir haben eine junge Mannschaft, wir verzeihen ihnen ja auch Fehler, aber wir verzeihen ihnen nicht, dass sie sich nicht zeigen. Und das haben wir dann in den letzten 15, 20 Minuten der ersten Halbzeit gemacht. Viel zu passiv gewesen. Wir haben zweimal schlecht die ballentfernte Seite bei Standard-Situationen auch verteidigt. Da hätte Düsseldorf in Führung gehen können. Hatten dann aber auch Jonas heute im Torwüter, der das sehr, sehr gut gemacht hat. Zweite Halbzeit, die frühe Führung, hat uns total in Karten gespielt. Wir haben uns auch in der Halbzeit committed, dass wir es einfach ein bisschen wilder jetzt machen wollen. Nicht dieses abwichsten Fußball kann ich mit einer Truppe mit einem Durchschnittsalter von 28 spielen. Nicht mit einem Durchschnittsalter von 24. Und dafür wollen wir hier auch stehen. Dann kriegen wir die Zuschauer dann teilweise auch noch mit ins Boot. Und dann können die uns auch noch unterstützen, dann können die uns tragen. Das tut unserem Fußball dann gut. Mich freut es sehr, dass Robby Wagner jetzt auch, der für mich schon seit Wochen eine sehr, sehr stabile Leistung. Nicht immer ganz offensichtlich für jeden, der oberflächlich drauf guckt, aber sehr, sehr stabile Leistung abliefert, dass er zugeschlagen hat. Und dann haben wir es noch gut wegverteidigt, was nicht einfach war, weil sie einfach Geschwindigkeit und Körpergröße hatten. Und auch die Einwechselspieler auch schon, wie jetzt die letzten Wochen, haben uns dann extrem gut geholfen. Deswegen bin ich bei Daniel, das hätte dann auch ein Unentschieden irgendwo werden können. Da hätte Düsseldorf mal zuschlagen können. Wir haben zugeschlagen und das war dann der entscheidende Unterschied. Vielen Dank. Kommen wir zu euren Fragen, zu Ihren Fragen. Michael Fischer, Vierter Nachrichten, fängt an. Herr Zorniger, Sie haben schon oft betont, wie wichtig Ihnen die Null ist, defensiv. Jetzt haben Sie dreimal in Folge zu Null gespielt, auch dreimal gewonnen. Was ist anders in den letzten Wochen? Greift alles besser oder haben Sie nochmal was anderes gemacht, abseits vom tieferen Stehen? Null ist mir lieb, wenn wir 1-0. Ja, 4-3 finde ich total in Ordnung. Wenn dann was drin ist, wenn man unterhaltet, deswegen kommen die Zuschauer dann auch. Aber es hilft mir eigentlich jetzt gerade eben, weil wir einfach wissen, wenn du zu Null spielst, dieses Jahr schon zweimal, glaube nicht, oder dreimal, aber normalerweise schießen wir eigentlich fast immer ein Tor. Und dann hilft es natürlich extrem, wenn du hinten stabil bist. Und das haben wir jetzt ohne Luca Itter dann auch, der in diesem Jahr bisher neben dem Schuh sicherlich der formstarkste Spieler ist, wieder bewiesen, mit dem Damian dann auch im Zentrum. Das ist ja wichtig für uns auch, dass wir wissen, Spieler, die wir reinbringen, die können das genauso spielen. Und da müssen wir nicht irgendwie alles umstellen. Aber ein 1-0, das ist ja klar, bringt dich eigentlich relativ nah an drei Punkte. Michael? Ich könnte es anschließen. Sie haben ja gesagt, Luca Itter ist eigentlich unersetzlich. Jetzt hatte Maximilian Dietz die, in Anführungszeichen, undankbare Aufgabe, den Unersetzlichen zu ersetzen. Wie zufrieden waren Sie mit seiner Leistung? Und was gab den Ausschlag für Maxi Dietz und zum Beispiel gegen Marco Meierhofer? Marco ist schon nicht so weit. Dann natürlich auch andere Positionen. Es wäre die Option gewesen, mit Nino ins Zentrum rein. Aber ich finde, Nino macht es jetzt schon seit Wochen für seine Verhältnisse, mit seiner Auffassung auf Erleben, macht es relativ ordentlich, relativ seriös, möchte ich mal sagen. Aber in der Innenverteidigung, wenn du da einmal nicht sicherst zum richtigen Zeitpunkt, dann sind die Jungs weg. Und Dietz war irgendwie gar keine Frage. Es waren dann andere Fragen, ob man mit unserem sehr, sehr guten Spielaufbau, den wir gegen Kaiserslautern hatten, vielleicht einen anderen Wechsel machen. Aber Dietz war keine Frage. Dietz ist für das, dass er letztes Jahr in der Regionalliga gespielt hat. Seine Entwicklung ist fantastisch. Wenn er im Kopf klar ist, auch Frankfurter Junge wie der andere, dann muss ich immer zweimal nachfragen. Niko Geller von der Wild. Herr Zorniger, Sie waren vor zwei, drei Wochen, also nach der Länderspielpause, die zurück lag, hier gesessen und haben gesagt, der nächste Block wird relativ entscheidend, um zu wissen, wo es dann letztlich hingeht. Jetzt hat man den Block, finde ich, sehr, sehr ordentlich hinter sich gelassen, mit zuletzt drei Siegen jetzt in Folge. Wohin geht denn jetzt die Reise für das Kleeplatz? Zumal es jetzt nach der Länderspielpause ja wieder ein Heimspiel gibt und die Mannschaft sehr, sehr heimstark ist. Gegen das formstärkste Team der Liga, wie in Wiesbaden. Es ist einfach die zweite Liga. Jedes Wochenende abliefern und dann gucken, was danach punktemäßig dasteht, nicht so sehr tabellemäßig. Ich glaube, es sind immer noch fünf, sechs, keine Ahnung, vier Mannschaften mit 21 Punkten. Es ist wahnsinnig eng, wenn du nicht aufpasst, dann verlierst du überall. Und so wollen wir es auch nicht angehen, dass man einfach eine große Seriosität und eine große Verantwortung für unseren Fußball an der Tag legt. Und das haben wir jetzt immer wieder geschafft. Mal über 60 Minuten, mal über 90 Minuten, mal bloß über 30 Minuten oder mal auch gar nicht, wie in Hamburg. Aber sie haben recht, der Block war extrem anspruchsvoll. Und daraus sind es neun Punkte. Das ist schon aller Ehren wert. Deswegen kriegen die Jungs auch im Rahmen vom Möglichen auch ein paar Tage mehr frei. Michael, bitte. Dann auch letzte Frage dazu. Die Spieler haben sehr gejubelt im Kreis. War das nur wegen der vier für einen Tag oder bekommen sie noch mehr? Nee. Also seriöserweise im Profifußball mehr wie vier freie Tage zu geben, die Eier habe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Dann geben wir das Mikro einmal nach hinten durch, bitte. Vielen Dank. Ja, Bernd Joditz von der Rheinischen Post in Düsseldorf. Deshalb die Frage an Daniel Thun. Sie haben am Ende King Manu noch mal ins Rennen geworfen. Für ihn ja das Debüt in der zweiten Liga. War das erst mal die Frage, so eine Reaktion darauf, dass eben genau so ein Durchschlagsmoment vorne durch die fehlenden Mittelstürmer gefehlt hat heute. Und B zu King Manu selber hat er ihre Erwartungen in den Minuten erfüllt. Was Sie ihm auf den Weg gegeben haben und was erwarten Sie von ihm noch? Ich glaube, die Einwechslung war folgerichtig, weil wir versucht haben, hinten raus noch mal ein paar langen Bällen zu operieren, dass wir eine zweite Spitze noch mal auf den Platz bringen wollten. Die anderen Spitzen haben schon gespielt, waren auf dem Platz. Wir hatten Emma dann als Außenverteidiger uns dafür entschieden heute auch, weil die rechte Seite, glaube ich, ein bisschen Feuer brauchte. Aber was ihm ganz ordentlich gelungen ist, dann auch von links auf rechts zu wechseln. Christos in der Neune, da waren wir uns klar, dass wir das brauchen könnten. Wir hatten jetzt den Eindruck, dass vielleicht nicht die Räume sich ergeben könnten für Jona Nimic. Damit war er dann auf dem Platz, aber auch mit der Einwechslung oder nach der Auswechslung von Dennis Jastremski. Ja, und dann braucht man noch mal einen, der vielleicht ein bisschen Größe hat, der ein bisschen binden kann. Ich habe ein bisschen Fantasie gehabt mit dem Jungen oder wir haben es draußen gehabt. Wir hatten nicht mehr ganz so viele Offensivspieler, dann auch Bank, sodass wir darauf reagieren konnten. Ein bisschen ungestüm in den ersten Minuten gewesen, glaube ich, völlig normal. Hat vor ein paar Monaten noch in der Oberliga gekickt und ist jetzt erst mal bei uns in der zweiten Mannschaft angekommen. Aufgrund unserer Personalsituation vertrauen wir den Jungs aus der U23 und das war so der letzte Impuls vielleicht noch mal. War noch mal ein bisschen umtriebig. Wäre eine schöne Geschichte gewesen, wenn er noch mal gezündet hätte. Das war letztlich in die Entscheidung und wie es weitergeht mit ihm, muss man mal schauen. Vielen Dank für Ihre Fragen. Danke an die beiden Trainer, den Gästen, den angenehmen Nachhauseweg. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen hier wieder. Tschüss. Dankeschön. Danke.